Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Wir packen heute God of War Ragnarök aus für die Sony Playstation 4. Ich hoffe die Lichtverhältnisse sind noch in Ordnung, da es schon etwas dunkler ist, aber ich wollte das Video heute noch drehen. Ja und wir packen heute God of War Ragnarök aus für die Sony Playstation 4. Neben der Playstation 4 ist das Spiel auch für die Playstation 5 erschienen. Entwickelt wurde es von Santa Monica Studios und ist natürlich eine Sony IP und gibt es bis jetzt auf jeden Fall nur für die Playstation 4 und Playstation 5. Irgendwann wird es bestimmt auch für den PC erscheinen und ja, PS5 Upgrade ist verfügbar, kostet aber hier Geld leider, ist ab 18 freigegeben und ja, die Reise geht weiter. Hier steht begeblich auf eine epische herzergreifende Reise, ich bin mal gespannt. Hat jetzt alles mit der nördlichen Mythologie zu tun. Das Spiel geht zu einem Spieler, braucht 91 GB Speicherplatz, Dualshof 4 wird es unterstützt, ist auch PS4 Pro optimiert, also ist das Ganze nochmal ein bisschen schicker. Natürlich könnt ihr wie gesagt das Ganze auf einer PS5 ausspielen, dann habt ihr dann nochmal noch bessere Technik, aber hier steht für eine geringe Gebühr und das kommt auf zwei Discs. Ja, ich hatte mir auch die Collectedition vorgestellt, die ist leider noch nicht eingetroffen. Da habe ich am Release Tag von Amazon, also jetzt am 9. eine E-Mail gekriegt, dass ich 5 Euro Gutschrift für Videogames kriege und dass meine Collectedition so schnell wie möglich eintreffen wird. Finde ich echt scheiße, aber gut, ich kann es gerade ähnlich spielen, ich muss viel arbeiten, aber ich wollte das Video heute noch drehen. Cooles Cover, wie ich finde, mit Kratos und Atreus, Atreus war es gewesen und ist noch ein bisschen größer geworden, oder? Ja, ich habe dann diesen Schlitt mit den Wölfen, den man ja auch im Trailer sehen kann. Machen wir mal auf, ich gucke mal, was da drin ist. Wir haben ihn labeled. Dann haben wir hier zwei Discs, ich habe eines zum installieren, dann ist der eine der Daten-Disc und dann einmal die Game-Disc. Gucken wir mal, was auf dem zweiten Bild ist. Ist ein schnelles Video, ich werde die Collectedition natürlich auch auspacken, wenn sie dann eintrifft, wenn sie dann nicht doniert wird von Amazon, das hatte ich ja auch schon mal gehabt. Aber ich gehe jetzt mal positiv davon aus, dass sie noch eintreffen wird und dann folgt das wahrscheinlich am Sonntag, wenn sie bis Sonntag eintrifft, aber ich glaube nicht, eher wahrscheinlich nächste Woche irgendwann. Ja, aber habt ihr das Spiel euch auch gestellt? Wenn ja, wie findet ihr God of War Ragnarok? Ist es gut? Ist es besser als der erste? Ist es genauso geil? Ich freue mich auf das Spiel, wenn ich spielen kann und das war mein kleiner Beitrag zu God of War Ragnarok. Solltet euch das Spiel interessiert, den Launch-Trailer verlinkt es euch auch in der Videobeschreibung. Wünschen uns einen schönen Abend oder morgen oder Tag, je nachdem, wie ihr das Video sehen solltet. In einem Kommentar würde ich mich sehr freuen. Bis dann, euer Gavatrans. Ciao!